Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Grey Goo. Mittlerweile sind wir Mission 5 angekommen. Ja, und dann fangen wir doch direkt mal an. Saruk, bitte kommen. Sir, es ist gut, Ihre Stimme zu hören. Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Das Feldkommando hat es schwer erwischt. Wir werden Zeit brauchen, um uns neu aufzustellen und die Schäden zu begutachten. Wie ist Ihr Status? Meine Kampfgruppe hat den Angriff überlebt. Wir bereiten einen Gegenangriff vor. Halten Sie die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Sir, Stärke des Feindes nimmt rapide zu. Ich muss jetzt angreifen. Verstanden. Wir sind so schnell wie möglich bei Ihnen. Möge der Schöpfer Ihnen helfen. Das Ding bringt die ganze Kommunikation durcheinander. Ich muss näher ran, um einen besseren... Da ist sie unter... Äh, ganz ganz wohl unterbrochen worden. Mal gucken, was soll man denn tun? Wir sollen irgendwas angreifen. Also die Absturzstelle. Nach der Rattung Barkas und aller anderen, die im Feldkommando gefangen waren, sieht sich Sarok nun einer feindlichen Streitmacht gegenüber, die sowohl für Ressourcen als auch Bevölkerung eine Bedrohung darstellt. Ein Verlust könnte das Ende der letzten bekannten Überlebenden der Beta bedeuten. Nur Sarok, der einzige Beta-Kommando, der sich hier an den Weg gestellt hat, ist in der Lage, die Auslöschung seines Volkes zu verhindern. Das heißt, wir müssen jetzt wieder gegen den Schleim kämpfen, ja? Das sind Schiffstrümmer. Und ich glaube nicht, dass es ein Raketeneinschlag war. Deren Taktik ist seltsam. Wer weiß, wie die ticken. Aber wie auch immer, wir vernichten sie alle. Jetzt gilt es, diese Position mit allen Mitteln zu verteidigen. Sobald Bas Barkas samt Verstärkung eintrifft, können wir uns dem Feind zuwenden. Okay. Also wir wollen mal was denn herunbauen. Beginne mit Konstruktion. Dann ist nur eine Quelle, okay. Ja. Befehl zum Ausrücken, verstanden? Ich stelle die Hagelschauer mal ein bisschen auf. Hand von Ruck klar. Raffinerie fertiggestellt. Hand von Ruck ist zwar hier, aber sie kann... Moment. Wie kann ich die in der Ritter hin? Ach so. Auch kann ich anschauen, bitte. Extraktor fertiggestellt. Nur weiter, Femme. Okay. Dann sollten wir doch... Einheit in Produktion. ...die Hüter bauen? So. Kann ich noch mehr? Ach nee, das bringt mir ja nichts. Raffinerien zu bauen. Wie lange muss ich ihn aushalten? Neun Minuten. Marzellerieeinheit bereit. Stell mir jetzt rein in Hagelschauer noch dahin. Hüter verstanden. Also ich hab da Hüter stehen. Das ist, glaub ich, die beste Einheit dafür, wenn ich das so richtig sehe. Mauer wird angegriffen. Gelände ist geräumt. Einheit bereit. Ach so, ich muss auf jeden Fall eine Fabrik noch bauen. Ah, okay. Oder? Nein, muss ich nicht. Okay, ein bisschen da hin. Okay. Oh, die Rohstoffe hab ich jetzt. Aber ich darf keinen Verteiler bauen. Oh, das wird angegriffen. Dieser Posten gehört mir. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Ich möchte jetzt komplett noch ein sehr viel massiver Arbeiten. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Tour wird angegriffen. Ich sehe gerade, das Tour soll ich mal reparieren. Aber warum darf ich? Ah doch, ich darf ja doch eine Fabrik bauen. Ach, ich muss sie da noch hinsetzen. Ach, okay. Das war der Dingfehler. Mauer wird angegriffen. Okay, da kommen wir jetzt. Kommt da noch mehr? Einheit bereit. Einheit in Produktion. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Das ist noch ein Hüter. Den sollten wir jetzt nach Bahnen. Das wird immer massiver, wenn ich das so etwas sehe. Jetzt mal da auch noch einen hin. Reparatur läuft. Mauer wird angegriffen. Dieser Posten gehört mir. Einheit bereit. Okay, also die Einheiten kann ich bauen. Aber jetzt darf ich auch... Ah, jetzt darf ich auch den Verteiler bauen. Gut. Einheit bereit. Im Moment kann ich da... Nur weiter, Pamda. Vielleicht sollte ich mal Luft bauen. Beginne mit Konstruktion. Kommt da noch mehr? Und das haben wir noch. Mauer wird angegriffen. Ach, Moment. Reparatur läuft. Die Mauer wieder reparieren. Tor wird angegriffen. Kann nur noch eine Sache hinsetzen. Soll ich lieber ein Reparatur-Pack nehmen? Eine mit Konstruktion. Nichts kommt durch. Verschwinde, Pfeffer. Doch, das Tor überlebt, aber... Luftverweiterung fertiggestellt. Die Frage ist, wie lange kann ich hier Rohstoffe zusammen? Im Vormarsch. Nein, nein, nein. Erwarte Anweisungen. Ich soll das da hingehen. Das ist ja schon richtig. Mauer wird angegriffen. Handschritt neu aus. Reparatur-Pack fertiggestellt. So, Hand von Ruh. Schieß mal. Höre weiter, Fremder. Die Position. Oh, schieß schon. Mauer wird angegriffen. Die kann gar nicht schießen, ne? Kommt da noch mehr? Einheit wird angegriffen. Wie repariere ich denn die Hand von Ruh? Mauer wird angegriffen. Oh, Mann. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Reparatur läuft. So. Ich tue die ganze Zeit irgendwie gerade gar nichts. Nichts kommt durch. Beginne mit Konstruktion. Ich bin gerade so ein bisschen hart los. Oh, ich sehe gerade was. Mauer wird angegriffen. Das Tor muss auf jeden Fall repariert werden. Das Tor muss repariert werden. Da. Da. Reparatur läuft. Tor wird angegriffen. Nur weiter, Fremder. Kleiner Verteiler fertiggestellt. So, wir bauen mal. Ein paar davon. Warum gehen die raus? Einheit wird angegriffen. Tor wird angegriffen. Auf dem Weg. So, Silos kommen. Jetzt kann ich auch größeren Verteiler bauen. Silo fertiggestellt. Wir dürfen da nicht hinsetzen. Nichts kommt durch. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt kommt aber gleich die Verstärkung. Wir dürfen doch durch den da nicht hinsetzen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Mauer wird angegriffen. Ich hab mir mal ein bisschen blöd gemacht. Oh, das haut sie da hin. Ich weiß schon. Kann man das denn so reparieren? Oh, oh, ja. Weiter repariert. Ah, so kann man wieder reparieren. Ah, okay. Mauer wird angegriffen. So, die Prädatoren. Ich hab die deswegen gebaut, weil ich mir dachte, um... Einheit in Produktion. Wir nutzen die... Wir warten ihre Anweisungen. Wir haben die Hand von uns. Mittlerer Verteiler fertiggestellt. Nichts kommt durch. Ja. Fallen wir an alle Löcher rein. Damit sie dann gleich auch wieder gut angreifen kann. So, da unten haben wir den Verteiler. Da ist eine große... große Fabrik dran. Beginne mit Konstruktion. Ähm... Tor wird angegriffen. Wir haben Panzerarbeitung. Beginne mit Konstruktion. Haben wir auch die Rückerweiterung? Ich weiß nicht. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Jetzt einfach mal alles da rein. Kommt da noch mehr? Tor wird angegriffen. Ja. So wie da. Darum kümmern. Dass die Sachen repariert werden. Aber jetzt müsste gleich die andere Punkt sein. Machen sie den Feind ausfindig und... Wenn nicht, müssen sie ihn. Die Verteilerung... Ich meine, die steht ja so weit. Aber das repariert er noch an der Hand. Und die ist... Das dauert echt lange. Ich hoffe, unbedingt mehr Kunststoffe. Ich hätte doch Luftleinheiten bauen sollen, das wäre jetzt mal so gerade wirklich bewusst geworden. Weil... Wenn ich jetzt sagen können... Ja, da forschen jetzt mal ein bisschen hier. Mauer wird angegriffen. Moment doch. Ach, da kann ich mal so ein bisschen setzen. Wir gehen mit Konstruktion. In Position. Ja, Commander. Mauer wird angegriffen. Kann da noch mehr? Kann aber nicht schießen, im Moment hier. Handflüge. Ja, komm an Commander. Hat doch kein Wohl. Oder? Ne, das war sie gar nicht. Dann zeigt mal, was geht. Was geht denn drauf haben? Hand bereit. Nicht, kommt durch. Hier, die Hand von Ruck. Bark Barker hat uns beordert zu helfen. Ich fürchte, wir sind alles an Verstärkung, was sie derzeit haben können. Dieser Post gehört mir. Wir erwarten ihre Anweisungen. Predator unterwegs. Das ist, äh, jetzt nicht ganz so geil. Luft-Erweiterung fertiggestellt. Artillerie-Erweiterung fertiggestellt. Bereit zum Ausrücken. Die Langboden. Okay. Flüge weiter, Fremder. Dann schicken wir mal die Hand hier hin. Dann haben wir zwei davon. In Produktion. Gehen wir auf die Jagd. Renatoren auf der Jagd. Was schwindet Fremder? Kommt da noch mehr? Okay. Schreiben wir Geschichte. Oh, jetzt ist meine Hand von Ruck. Ich bin jetzt gleich erstmal fertig. Dann ist es gut. Dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Gemeinsam. Ich gebe Deckung. Bereit. Ist die jetzt vollständig? Oh, sieht zwar aus. Rücken auf diese Position vor. Nicht, Frank, durch. Gelände ist gewonnen. Ah, jetzt kann sie auch schießen, endlich. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Wir sind bereit für Instruktionen. Handverdruck klar. So, dann schicke ich die noch kurz hier zum Reparatur-Pad und mach die Verteilung. Und, ähm. Stand aus klar. Nehme Aufstellung. Ansonsten gehen wir erstmal hier jetzt ein bisschen weiter. Ruhe wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Oh, da ist auf jeden Fall ein leichtes Google-Nest. Äh, Google-Nest, sag ich schon. Google-Nest. Aber ein leichtes Google-Nest ist auch nicht schlecht. Standort bestätigt. Rücke vor. Ich muss auch unbedingt Rohstoffe. Unterwegs zu Standort. Äh, einsammeln. Wir hören ihre Worte, Commander. Angeritten zu den Ahnen. Worte folgen Taten. Kommt da noch mehr? Mauer wird angegriffen. Jetzt erstmal reparieren. Das knackt man auch. Es entspannt sich ein bisschen. Einheit in Produktion. Einheit in Produktion. Bereit für mehr? Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. So. Aber unter Anwaltung. Mauer wird angegriffen. Ach, sie wird nicht spekuliert? Ah, okay. Gut zugesend. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Tor wird angegriffen. Fertig. Dieser Posten gehört mir. Kann man denen eigentlich irgendwie sagen, dass sie die verteidigen sollen? Egal, dann schicken wir die mal als, äh, Druck 1. Also die kommen auch von da oben. Dazu gucken wir mal hier rechts, ob da noch was ist. Nur weiter, Fremder. Hand von Rook wird angegriffen. Der Großteil der Feinde scheint aus diesen Nestern zu kommen. Wenn wir sie vernichten, entlastet das unsere Mauerstellung nicht zum Zweigen. Fremdungvereinig Deutsch. Stätig. Okay. Zusammen. Kommt da noch mehr? Mauer wird angegriffen. Schicken wir die auch noch? Nö. Erwarte Befehle. Ihr Predator. Und noch ein Kill. So. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ziel am Boden. Und ich würde sagen, wir gehen mal so weiter. Und zwar, wo ist das? Gugnesterabsturzstelle. Gugnester bestehen aus geerztem Gugmaterial. Unter ihnen können sich gefährliche Guganheiten verbergen. Diese Nester können durch gewöhnliche Einheiten zerstört werden. Und wir sitzen keine zersetzten Aura, verbergen jedoch zahlreich Einheiten. Nichts, kommt durch. Verschwinde, Fremder. Einheitsbereich. Einheits in Produktion. Ja, Commander. Ich gehe jetzt mal... Wie kommst du hoch da? Ich muss hier rum hochgehen. Mauer wird angegriffen. Ja. Instruktionen, Commander. Gemeinsam. Scannergebiet. Und wir zwischendrin immer wieder Mauer reparieren. Reparatur läuft. Nur weiter, Fremder. Einheitsbereich. Einheits in Produktion. Einheitsbereich. Einheitsbereich. Wir gehen mal ein bisschen in die Richtung. Das wir sie meinen. Hand bereit. Vorwärts. Hand von Rook wird angegriffen. Mal ein bisschen um. Vorwarsch. Ich gebe Deckung. Mauer wird angegriffen. Zusammen. Leiste Unterstützung. Und ich muss mich vor allem langsam mal ausbreiten. Suche nach Feinden. Um neue Rohstoffe. Einheit bereit. Gelände ist geräumt. Einheit in Produktion. Wir erwarten die Ratweisung. Ähm. Nehme Ziel unter Beschuss. Einen Beschlag zu nehmen. Vorwärts. Ähm. Hand von Rook wird angegriffen. Hand von Rook. Darauf schießen bitte. Danke. Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Hier ist alles vermied. Geladen und bereit. Ballern wir ein paar Löcher rein. Vormarsch. Zusammen. Leiste Unterstützung. So. Hände vereinigt euch. Hand von Rook wird angegriffen. Sehr schön. Gemeinsam. Vorwärts. Jetzt habe ich sie die ganze Zeit da hingestellt. Wollte eigentlich mit der auch weitergehen. Mal gucken wo die hier alle herkommen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Wir sind bereit für Instruktionen. Sehr schön. Kommt da noch mehr? Oh der bewegt sich aber noch. Einheit bereit. Kommt da rein. Sehr schön. Es ist gut. Ähm. Wird angegriffen. Warum wir hier mal. Äh. Nehmen wir den Anlagen. Wollen wir den großen Verteiler hier hinsetzen? Ah ja. So ziemlich. Beginne mit Konstruktion. Stalker verstanden. Hand von Rook klar. Los. Bestätigt. Äh. Dann machen wir da eine Verteidigung. Wird angegriffen. Einheit bereit. Muss irgendwas verparieren? Ja. Muss ich. Reparatur leucht. Stehen die schon wieder da draußen. Hagelschauer hat verstanden. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ah. Okay. Dann zeigt mal was ihr drauf habt. Im Vormarsch. Einheit oder quasi Stopp. Tod von oben. Gruppenanweisung verstanden. Koordinieren wir das Ganze. Los geht's. Abstand auf. Dann können sie alles. Ich komm durch. Bereit zum Einzler. Hand von Rook wird angegriffen. Einheit bereit. Ah. Sehr schön. Das ist auch fertig. Nehmen wir nicht. Einheit wird angegriffen. Natürlich die Raffinerie. Beginne mit Konstruktion. Großer Verteiler fertiggestellt. Gebt dich mal kurz da hin. Wir können den auch da reinstellen. Falls sich jemand verstecken will. Beginne mit Konstruktion. Mauer wird angegriffen. Raffinerie. Beginne mit Konstruktion. Oh, das ist eine riesige Ding. Dieser Posten gehört mir. Ach, das geht sogar hier rum. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Dann wollen wir noch kurz verbrücken. Beginne mit Konstruktion. Sollten wir vielleicht mal. Einheit wird angegriffen. Lange kann ich so nicht bauen. Aber dann Beisungen. In Position. Ja, Commander. Nur weiter. Vorwarsch. Ich sollte hier mal weiter gehen. Was sind da noch was? Was ich anhalten? Oh. Hätte man vielleicht vorhin mal reingucken müssen. Da ist noch ein Ghoul Nest. Äh, warum sag ich da nicht immer Ghoul? Ein Ghoul Nest. Zerstören Sie die Dweller-Einheiten. Zwei von 20. Was sind denn die Dweller-Einheiten? Mauer wird angegriffen. Instruktion und Commander. Los. Meine Waffen sind eure Waffen. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Oh, können wir da noch was sehen? Raffinerie fertiggestellt. Hand von Luke wird angegriffen. Ah, das sind diese Mimen anscheinend, ja? Licht kommt durch. Zusammen. Gemeinsam. Extraktor fertiggestellt. So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Mauer wird angegriffen. Sponger sind unsterblich. Raffinerie fertiggestellt. Ziel fass gemacht. Vorwärts. Ich komme. Los. Da können wir nicht rum. Wieder passen, gehört mir. Aber wir haben hier erst mal das rausgeräumt. Ich guck mal da noch. Können wir noch da was ist. Mauer wird angegriffen. Wieder reparieren. Nur weiter, Fremder. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Kommt da noch mehr? Reparatur läuft. Reparatur läuft. Achso. Nee, das wollte ich gar nicht. Hand bereit. Wir erwarten die Ratweisungen. Vor Marsch. Zusammen. Ja. Gemeinsam. Scannergebiet. Ah, okay. Also die Verprägung ist fertig. Wir sind bereit für Instruktionen. Einheit wird angegriffen. Hand von Rook wird angegriffen. Einheit in Produktion. Na gut, ich habe die meine Bevölkerungszahl sowieso schon fast gemaxed. Ich muss glaube ich keine großen Gedanken mehr machen. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Ziel am Boden. Aber wir sollten vielleicht mehr Einheit in Produktion. Einheit in Produktion. Hand von Rook wird angegriffen. So, da ich jetzt hier angegriffen werde, gehe ich jetzt mal hier ein bisschen vorwärts. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hand von Rook klar. Dieser Posten gehört mir. Silo fertiggestellt. Alles gut. Geht hier mal dahin. Uh, ist weiter los. Ach, da ist ja auch ein Nest. War das die ganze Zeit da? Hab ich sie einfach nur gesehen. Gemeinsam. Erwartet Anweisungen. In Position. Vorwärts. Unterwegs. Los. Meine Waffen sind eure Waffen. So, mal gucken wir uns mal hier noch rum, was hier noch rum steht. Ende vereinigt euch. Einheit bereit. Ja, Commander. Kombinieren Beschuss. Sehr schön. Das können wir mal entfernen. Und unsere Zeit ist gekommen. Die Roboter, ja, da. Dann nehmen wir noch kurze Trümmer da raus, damit ich dann gleich schnelle Einheiten durch reduzieren kann. Nehme Ziel und Doppel Schuss. Sohne nach Feinden. Hand von Rook wird angegriffen. Sehr schön. Ja, das geht noch. Oh, da kommt einiges. Ich mach das schon. Einheit wird angegriffen. Und noch ein Kill. Einheit in Produktion. Ja, die Rakete kann leider nicht bezüttelt werden. Saumer Rakil. Das dauert so lange, bis ich wieder schießen kann. Ich muss mal kurz die Mauern hier rufstilfliegen. Hand von Rook wird angegriffen. Das ist eine Lawine. Hand bereit. Los. Jetzt mal so weiter aufbauen hier. Bereit für mehr. Achso, Moment. Ich komme. Ich steigst oder nicht? Einheit bereit. Doch, da war ich schon, ne? Das hatte ich schon feier gemacht. Vorwärts. Einheit bereit. Ich weiß ja nicht, inwiefern sich das neu bildet, aber ich glaube nicht. Los. Leichte Beute. Dann gehen wir mal da hin. Hand von Rook wird angegriffen. Vormarsch. Direkt hinter Ihnen. Warte, mal die Tech-Upgrades machen. Sieh am Boot. Beginne Panzer-Tech-Upgrade. Ähm, alle Arme durch die Fluggeräte. Ne. Beginne Konjunktur-Tech-Upgrade. Geschafft. Mann, das können Lüfter in irgendeinem Feuer. Eigentlich komplett egal. Was hat jeder noch? Das ist wieder noch. Beginne Artillerie-Tech-Upgrade. Zusammen. Unterwegs. Wir gehen da rum. Wir erwarten die Ratweistungen. Gemeinschaft. Ich gebe Deckung. Die kommen alle schon da. Von der Seite hier. Vorwärts. Leiste Unterstützung. Los. Suche nach Feinden. Ende Vereinigt euch. Das müssen wir wieder Recknamen. Ja. Kombinieren beschissen. Ja, das sollte sich lohnen. Einheit in Produktion. Ah, hier würde ich anrufen. Mit dem Schleim. Bereit für ein Erd. Hand von Rook wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Und ich habe es wieder gesagt. Warum sage ich's gut? Einheit wird angegriffen. Unbekannter Ursprung. Einheit in Produktion. Zusammen. Leichte Beute. Gemeinsam. Zu. Erstmal das da rausnehmen. Wobei. Hand von Rook wird angegriffen. Ach. Einheit bereit. Wenn man die zu lange da stehen lässt. Nicht gut. Leiste Unterstützung. Kombinieren beschissen. Suche nach Feinden. Vor Marsch. Jetzt gehen wir zum Reparatur-Bett zurück. Wir sind bereit für Instruktionen. Ziel am Boden. Einheit bereit. So. Das hat sich gelohnt. Weg damit. Einheit in Produktion. So ein Schleim da wegschießen. Nehmen wir den Schleim. Wir müssen warten, bis man eine Rakete wieder fertig ist. Gemeinsam. Scannergebiet. Vorber. Ich weiß nicht genau wie hoch man da laufen kann. Ich weiß nicht genau wie hoch man da laufen kann. Vor Marsch. Zusammen. Gemeinsam. Leiste Unterstützung. Vorwärts. Suche nach Feinden. Jetzt geht wieder weg. Los. Uns bringt man nicht zum Schweigen. Vor Marsch. Bestätigt. Geschafft. Scannergebiet. Nehmen wir erstmal das Goonest. Hand von Rook wird angegriffen. Einheit bereit. Gut. Das ist zwar gut das was. Gemeinsam. Hier auf der Jarstark. Einheit wird angegriffen. Da ist noch ein Nest. Kommt da noch mehr? Wir werden siegen. Ich bin am Ende. Bereit für mehr. So. Jetzt kann die erstmal repariert werden. Das ist gut von... Wollen wir mal eine Ressourcen hier nutzen. Konjunktur-Tech-Upgrade abgeschlossen. Ja, sehr schön. Leichte Beute. Prober. Ich gebe Deckung. Luft-Tech-Upgrade abgeschlossen. Da ist auf jeden Fall noch ein Nest. Artillerie-Tech-Upgrade abgeschlossen. Jetzt geht halt die Hand von Rook sehr langsam, muss ich sagen. Leichte Unterstützung. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Die Vorra sind Wunschlau. Ich meine, die macht ja wirklich ewig, bis sie sich bewegt hat. Einheit wird angegriffen. Hier unten kann ich eigentlich hier noch ein Reparatriker. Ziel am Boden. Wird doch Anlagen gesetzt. Hand von Rook wird angegriffen. Ich brauche einfach nur ein Ziel. Hand von Rook klar. Vormarsch. Suche nach Feinden. Nichts kommt durch. Mauer wird angegriffen. Da ist nochmal so ein Dweller. Dweller. Unsere Zeit ist gekommen. Zusammen. Bestätigt. Gemeinsam. Bereit zum Einsatz. Nein, die ist immer noch nicht repariert. Erwarte Anweisungen. In Position. Vorwärts. Uns bringt man nicht zum Schweigen. Könnten mal wieder... Neue Einheiten brauchen. Einheit in Produktion. Ja, Commander. Einheit in Produktion. So. Einfach mal alles vollgehauen. Instruktionen, Commander. Dieser Posten gehört mir. Ist hier noch einer von dir. Los. Scannergebiet. Vormarsch. Jetzt hört sogar schon die Musik auf. Zusammen. Dauert alles zu lange. Ich gehe Knackung. Man kann die Zeit nicht schneller laufen. Gemeinsam. Vorwärts. Neue Einheit in Produktion. Ganz angenehm. Hand bereit. Jetzt mal hier. Einheit wird angegriffen. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Schicken wir die jetzt in die Richtung. Hand von Rook wird angegriffen. Einheit bereit. Ende vereinigt euch. Ruf und nach Feinden. Kombinieren Beschuss. Bestätigt. Das muss man mal reingeguckt haben. Einheit wird angegriffen. Einheit in Produktion. Sehen wir mal, sonst ist hier nicht mehr. Scannergebiet. Einheit bereit. Einheit bereit. Wir sind ja hergekommen. Vormarsch. Erntemaschine wird angegriffen. Mauer wird angegriffen. Mauer wird angegriffen. Einheit in Produktion. Wir erwarten Ihre Anweisungen. Nehmt Sie unter Beschuss. Da ist nochmal so einer. Verschwinde, Prämter. Einheit bereit. Das wird auch gleich aus Korn genommen. Ja. Zusammen. Ich gebe Deckung. Und da fehlen uns ja nur noch drei von den Dweller-Einheiten. Also jetzt können wir sie auch suchen gehen. Einheit in Produktion. Wir werden siegen. Wir sind bereit für Instruktionen. Warten auf den nächsten Schuss. Einheit bereit. Das klingt irgendwie falsch. Wir warten auf den nächsten Schuss. Großer Verteiler wird angegriffen. Vorwärts. Los. Hand von Ruck klar. Vormarsch. Großer Verteiler zerstört. Leistung zur Los. Die meisten Anlagen benötigen Energie, um zu funktionieren. Wenn der Energiefluss abbricht, wird die Anlage angehalten. Zum Beispiel die Produktion der Erntemaschine. Ein Verteiler, Beta oder eine neu angeschlossene Anlageleitung können errichtet werden, um den Energiefluss wiederherzustellen. Silo zerstört. Silo zerstört? Oh. Ja, okay. Ich sehe das Problem. Von mir aus kann es losgehen. Predatoren los. Formation, wir rücken vor. Einheit bereit. Zusammen. Gemeinsam. Da kann man wahrscheinlich nicht hin, oder? Raffinerie zerstört. Wir brauchen nur noch einen von diesen Dwellern, und dann sind wir soweit fertig. Raffinerie zerstört. Den können wir das da unten echt egal sein. Ehe zu viel. Ressourcen. Bereit zum Einsatz. Hand von Ruck wird angegriffen. Erwarte Anweisungen. Da oben habe ich das mal an, wie es laufen soll. Große Fabrik zerstört. In Position. Ja, da ist der letzte Dweller. Zusammen. Gemeinsam atem. So, wir beide Händel vereint. Hände vereinigt euch. Gemeinsam. Leichte Unterstützung. Und da oben war auf jeden Fall noch einer, der habe ich gesehen. Wohin, ich kann hier da hochgehen. Vielleicht ist da ja auch noch was. Bevor wir das übersehen. Wo ich dann nochmal da hinlaufen muss. Gehen wir auf die Jagd. Schreiben wir Geschichte. Instruktionen, Commander. Zusammen. Gemeinsam. Gehen wir auch kurz da hin. Gehen wir. Gehen wir. Vorbereit. Da ist mal keiner. Ich gebe Deckung. Da scheint aber auch keiner zu sein, weil das sind keine Rohstoffe, also macht es eigentlich keinen Sinn, dass da jemand rumsteht. Los. Ich hätte echt Flucheinheiten nehmen sollen, um das vorher zu erkunden. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, sollte ich das nächste Mal wissen. Aber da oben war auf jeden Fall noch jemand. Hand bereit. Gemeinsam. Suche nach Feinden. Also hier wurde alles zerstört. Naja gut, ist ja kein Ding. Kombinieren Beschuss. Bestätigt. Vorwärts. Ach komm Leute, es läuft ein bisschen schneller. Kann ich hier hoch? Ja, ich glaube ja. Also die Mission war jetzt deutlich leichter als die davor. Die haben wir jetzt auch ein bisschen sehr viel Zeit gelassen, aber das hätte man ein bisschen schneller machen können. Ach genau. So. Bereit für mehr. Zusammen. Das war ja jetzt wirklich eine Kanone auf Spatzen schießen. Vorwärts. Leiste Unterstützung. Aber hier oben war irgendwo noch Schleim. Einheit wird angegriffen. Vormarsch. Bestätigt. Zusammen. Gemeinsam. Keine Gebiete. Ich sehe nix. Nehmen Ziel und Doppelschuss. Ich gebe Deckung. Leiste Unterstützung. Leid doch mal hier. Leichte Beute. Vorwärts. Suche nach Feinden. Los. Musst du dir den Sinn? Vormarsch. Zusammen. Ach komm, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Bestätigt. Ende vereinigt euch. Lass sie nicht entkommen. Vormarsch. Keine Gebiete. Einheit wird angegriffen. Einheit in Produktion. Die Vorwärts ist gut ständig. Einheit in Produktion. So. Da hinten. Einheit in Produktion. Kombinieren Beschuss. Nehmen Ziel und Doppelschuss. Zusammen. Jetzt war's das endlich. Okay. Das fand ich jetzt ein bisschen albern am Ende. Ist das der Eindringling, gegen den wir gekämpft haben? Einer von ihnen. Kampfgruppen sind auf dem Weg, um die Katalystfelder zu sichern. Ich ziehe zwei weitere heran, um die Sumer für die Evakuierung zu sichern. Dies sind nicht die Schweigenden. Wir können diese Streitmacht besiegen. Wir dürfen uns keinen Fehler leisten, Zaruk. Unser Volk muss weiter bestehen. Weiter wozu? Um weiter zu fliehen? Bis wir einen anderen Ort zum Sterben finden? Wie ich sehe, hat ihnen der Krieg eine Stämme verliehen. Seit Generationen sind wir vor den Schweigenden geflohen. Damit ist heute Schluss. Heute sorgen wir dafür, dass unsere Feinde vor uns fliehen. Ja, gut. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde das wahrscheinlich geschnitten haben. Ein bisschen zusammengerafft. Weil das Suchen, das muss man sich ja echt nicht antun. Ansonsten, mir macht das immer noch Spaß. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr variabel im Moment. Also die Mission davor war deutlich schwieriger. Trotzdem, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei GreyGoo. Bis dahin erstmal. Ciao. Ciao.